Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, wir machen eine Pause. Die große Awesome People Family Umfrage ist jetzt mittlerweile vorbei. Wir haben über 300 Leute, die mitgemacht haben und da sind wir jetzt gerade intensiv am Auswerten und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird sich einiges verändern. Auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass wir in der Vergangenheit einige Dinge, an einigen Kreuzungen nicht unbedingt gut abgebogen sind. Einfach weil uns ein Stück weit die Achtsamkeit für den Moment gefehlt hat und wir einfach schnell, 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 schnell durchgejagt sind. Und das gilt es jetzt zu korrigieren und deswegen, wenn wir jetzt die nächsten Tage hier hinladen, einmal komplett downschatten, werden nichts an Content rausgehen. Es wird keine YouTube-Videos geben, keine Insta-Stories, keine Posts, keine Facebook, kein Podcast usw. Es wird nichts online gehen und wir werden komplett an unserem Konzept arbeiten und einige neue Dinge an den Start bringen. Da sind wir gerade mitten dabei. Ich bin mega gespannt, Alter. Ich glaube, ich habe, seitdem ich gestartet bin, 2013 noch nicht ein einziges Mal über mehrere Tage kein Content gemacht. Es wird eine Premiere. Wir sehen uns in alter Frische, wenn es wieder weitergeht. Bis dann. Ciao. Bis dann.